Hey Melon, es ist doch nix gehörn Brami mehr, der trifft doch alles was läuft hier. Naja. Du hast gesagt, dass ein Fassade ein erbärmlicher ist, oder das wird schon böse. Das war nur weil er ein Hightech-Fahrzeug hat. Ich hab da einen Kontakt vor uns. 11 Uhr. Stopp, stopp. Infanterie. Viermal. Er kam feindlich bei... Wenn das nicht kommt. Ja, genau. Komm vor. Genau, nur bewegen, wenn du den Befehl kriegst. Okay. Kontakt an der Mauer. 12 Uhr. Direkt mit dem Müllcontainer durchkommen. Weiter links. Weiter, weiter, weiter Feuer. Hey, ja klar. Oh, das war aber eben dran, du. Fünf Kugeln abgehalten, du. Oh. Sind doch alle auf hier Steroide oder irgendwas. Die fallen nicht hin. Alter Schwede. Ich hau mal welche da ein. Ich glaube der Kugel durch. Guck mal ruhig da bei der Mauer noch so ein paar von diesen Airburst rein. Proflaktisch. Ach guck mal, ich kann den Lux begnadigen. Ist ja kein Teamklammer. Mach ich mal. Mach das mal. Ja, wo ich ihm nicht einen Schuss gegeben habe. Rübe ab. Ja, was war das denn? Das war der Beispiel. Ja. Wir werden schnell bis zum Ortseingangsschild vorstoßen und ihr setzt dann nach rechts ab. Dann habt ihr einen Zaun und... Also als Deckung würde ich sagen. Das gehört, Leute. Puma für Leo. Ja. Wir setzen zum Ortseingang vor. Setzen die Infanterie ab, um die Gebäude zu durchsuchen. Ihr sichert uns von rückwärtig mit dem Leo. Ja. Jawohl. Aber schon. Okay. Amina, du fährst vor bis zu diesem Ortseingangsschild und stoppst dann. Okay. Fahrt Richtung Straße. Ja, so. Schütze und Reihenfolge ist klar. Westi 1, dann im G, ich, Meller, Schorsch. Wir gehen in Reihe. Wir gehen rechts an den Gebäuden vorbei. Jawohl. Okay. Wir stehen in Fahrtrichtung nach rechts, absitzen. Warten. Stopp, stopp. Amina, stopp. Okay. Infanterie absetzen. Okay, raus. Wir gehen nach rechts an den Zaun. Okay, wir gehen Compound für Compound. Daniel vor. Ja. Ist bei mir, Adi? Bitte. Okay, wir werden zwei Mann links sichern, der Rest rechts sichern. Immer abwechselnd. Schaut auf eure Leute. Ist hinter mir? Ich? Alles klar. Stellt gleich einen Feuerstoß, dass ihr bekämpfen könnt. Was? Beschuss? War das Eigenbeschuss oder Feind? Nein, Feind. Vermutlich. Dann kam das aus 12 Uhr Laufrichtung. Okay, ich prüfe. Alles klar. Wartet. Wir sind Ortschaft. Ich muss prüfen. Ortschaft. Hier oben. Ne. Wo sind wir denn? Wir sind nördlich vom Ortseingang. Wir sind nördlich vom Ortseingang. So. Halt. Wie ist es? Dann schaust wir. Bei mir leckert es. Wie ist es? Ich gehe rum. ihr geht rechts links am haus vorbei miller rhein rechts am haus vorbei ich hänge am baum fest prüft vorm haus wir sind am haus ok wir nehmen jetzt nächstes gebäude neben uns leute an dem wagen prüft an dem wagen da oben und an der kreuzung vorauskommbar mit bienenstock vermutlich ich gebe euch eine richtung 185 grad rotes haus mit bienenstock hinten dran und es macht ein haus ja moment ich prüfe auf infanterie links im berghoch kurven schild bauwagen ich habe keinen kontakt miller und schosch springt mal zu der holzhüter vor euch das ist da vorne das feuer kommt aus süd oder aus 170 aus der richtung hinter dem roten backsteinhaus richtung süd vermutlich feindkontakte ok westi siehst du da vorne neben dem backsteinhaus diese kleine holzhüter ja sehe ich dort deckung suchen daniel häng dich ran wir werden feindkontakte ich laufe los offizient der angriffskommbar ob man was draufhört dazu information nordöstlich ist angelandet von den amerikanern ein flugzeugträger ihn steht ab sofort in luftunterstützung zur verfügung in form von ab 10 und apache ok brust angriffskommbar verstanden anker endet ich übersteige das gelände hier fahrzeug miller weiter vorgehen rechtsseits an dem backsteinhaus ich gehe ans backsteinhaus backsteinhaus ja go daniel hinterher komm ja unterwegs miller wir sind links am haus aus rechts schon bis an die start stellung halten miller ja rüber übersetzen zu dem gelben haus überdeckung los unterwegs gibt deckung miller wir kreuzen straße wir sind gegenüber jetzt auf 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 prüft immer noch schnell das gelbe haus recht seit von euch ich habe kontakt ich habe kontakt hinten sauber ich übergehe dich straße unterricht ja sofern möglich ja sofern möglich bekämpfen los okay anti hütteran anti hütteran hier rechts verstanden vesti vor rot-grünes haus dann mit dann mit mit der beziehung weiter vor ok erstmal die holzhütte vor uns als deckung nutzen ja kann ich erkennen woher geht man rechts von der holzhütte rechts von der holzhütte könnte vielleicht besser aufklären will er nachziehen auf meine posi das ist unser panzer der schießt oder der poma das feuer kommt von dem roten holzhütte voraus ok ich werfe nebel so dass ihr euch annähern könnt nein 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 das ist mir zu ach doch nicht wer 11 hier rechts unten ist eine senke dann könnte man weiter nach vorne gehen rechts der straße okay pass auf vor uns große grüner baum erkannt hier da in der zaun den nutzen wir ich werfe jetzt der nebel auf straße kann mir mal jemand die windrichtung sagen bitte wie das keine ahnung steuerung geht von deiner position aus leicht nach rechts weg alles klar also auch nicht gleich wenn rauch sich gebildet hat an dem baum an den zaun dort stellung er geht westi und daniel als erstes ist sicher die straße hoch alles klar jetzt wir geben sperrfeuer gerade scheiße ok go wir gehen nach wird sie nach westi hier liegt einer hat es daniel ausgeschenkelt alles klar stellung halten links rechts am haus rechts schorges miller kommt mit wir gehen links runter rechts runter geht hoch zu dem grün roten haus richtung sonne da hoch auf dem grün roten haus richtung der opz für angriffstrupp kommen angriffstrupp kalt westi weiter fort ziehen entlang der straße der drohenden flug von ost nach west die ortschaft in der sie sich momentan befinden ist frei leute bezieht mal stellung links rechts nicht auf der straße hört kommt mal auf meine position meine position ja so verstanden einweiser ist an straße für aufnahme bereit angeblich ist gelände feindfrei wir halten hier stellung daniel macht einweise für spz wenn er kommt aufnahme kontaktaufnahme zweckseinweisung wir sitzen dann auf schorsch wo bist du am hauseck ich hole nur sanitätsmaterial ja ist ja richtig ich habe es ja nicht verboten oder das kann sie blöde sau das kann sie blöde sau wenn die abis hier sind sollen sie a10 losschicken wir sollen schon mal alles kaputt machen kein hubschraubereinsatz elvis kein hubschraubereinsatz ja 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 ich wills machen ich wills einfach machen hierher da hierher da hierher hier wie vor ist hier sind hier hier mal Ja, so richtig. Wir verlegen noch ein Stück vor und gehen dann links der schwarzen Linie lang und setzen Infanterie zur Aufklärung an Infotrupp-Absetzung ab. Leopard folgt blauer Linie und übernimmt Fernsicherung gegen feindliche Panzerzüge. Lux, alle drauf. Ja, das ist aber schon Elvis. Okay, Omelna, und ich prüfe mal kurz unsere Posi. Wir müssen dann Richtung Westen einschlagen. Ich zünd mir eine Hand, Leute. Das haben wir gut gemacht, muss ich euch mal sagen, ja. Keine Ausfälle, wir haben es überlebt. Ich müsste gleich in China-Feltkrieg kommen, da drehen wir dann rechts. Keine Ahnung, wir werden sehen, wo er jetzt ist. Das muss ich komplett drehen. Weiter nach rechts. Stop, stop. Wieder da. Stop, stop. Rechts. So, jetzt. Rechts rein. Weiter nach rechts, wir müssen nach Westen. Weiter drehen, weiter, weiter. Rechts, 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 rechts. Okay. ytä, links. расy, rechts, rechts. Tagest。 Jetzt geht's coeur. devam. Vielen Dank.